Das neue Kongresshaus Kappa Europa ist für uns ein wichtiger Schritt im Ausbau unseres Kongressgeschäftes. Wir sind mit den derzeitigen Möglichkeiten nahezu ausgelastet. Das heißt, wir können für eine ganze Reihe von unseren Kunden zu interessanten und attraktiven Terminen gar keine Angebote mehr machen, weil wir keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung haben. Von daher ist es folgerichtig, dass wir neue Räumlichkeiten schaffen und mit Kappa Europa sind wir zukünftig in der Lage, die richtigen Angebote für die richtigen Formate zu machen. Dies bedeutet, dass wir zukünftig in der Lage sind, die Veranstaltung so zu platzieren, dass sie die richtigen Räumlichkeiten angeboten bekommen für ihre Bedürfnisse. Größere Veranstaltungen, die großen Bedarf haben an Ausstellungsfläche, gehen aufs Messegelände. Mittlere und kleinere Veranstaltungen, die eher einen Arbeitscharakter haben, die viele Räume brauchen für Breakouts, für Arbeitssessions, die platzieren wir zukünftig im Kappa Europa. Da haben wir ein tolles Angebot und ein tolles Paket zu bieten, was wir bislang auf dem Messegelände nicht in der Lage waren anzubieten.